Auf Jajalo, jetzt müsste man eine gescheite Flanke kommen, da kommt sie, Hector, Kaufball Meierhofer, Nachschussmöglichkeit, Brettschke auf der rechten Seite, ist noch im Strafraum, spielt ihn kurz auf, Schöbelko, der geht ins Dribbling, zieht ab mit dem linken Fuß, Tor, 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 ich hasse es nicht, ich hasse es nicht, sie hat es schon wieder getan, in der Nachspielzeit, Schöbelko mit dem 1 zu 0 und hier sind Ziale aufs Spielfeld gerannt, die komplette Auswechselbank, inklusive Trainer Holger Stanislavski, eine Minute vor dem Ende, haut der Schöbelko mit links das Ding in den Winkel, Daniel Bernhard macht sich lang, aber da kann er über 2 Meter groß sein, da kommt er nie und immerhin, klasse Schuss, klasse Aktion von Schöbelko.